Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin hat sich von seinen Tiefständen bei 21.300 US-Dollar erholt. Wichtige Daten, Zahlen, Fakten stehen heute um 14.30 Uhr an. Die Inflationsdaten kommen raus. Haben wir ja schon im Wochenausblick explizit nochmal genauer drüber geredet. Trotzdem, was heißt es möglicherweise für die Kurse? Was heißt es möglicherweise für unsere beiden Trades, die momentan noch laufen? Das werden wir uns im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, gerne wie immer dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan bei ungefähr 21.800 US-Dollar. Ihr seht schon, wir haben zwei Peaks hier oben reinbekommen in unsere 1-Stunden-Supply-Zone. Momentan läuft unser Trade noch. Der Stop-Loss wurde nicht gehindelt. Wir sind jetzt momentan ziemlich hier auf Entry. Es hat sich wenig getan. Ich gehe aber weiterhin um 14.30 Uhr davon aus, wir kriegen die Inflationszahlen. 6,5% ist die Prognose, dass diese deutlich einbrechen werden. Warum? Weil diese dem Jahr davor nur noch angerechnet wird. Das heißt, es werden nicht mehr die letzten zwei Jahre verglichen, sondern nur noch das davorherige Jahr. Das ist diese neue Berechnungsform, weshalb ich davon ausgehe, ach ne, 6,2 ist Prognose, sorry. Weshalb ich davon ausgehe, dass die Inflationszahlen nochmal deutlich, deutlich zurückgehen. Weshalb ich natürlich dann auch diesen Long Trade weiterhin laufen lasse. Wichtig wäre nur, dass wir mindestens mal in 4 Stunden Close über 22.090 US-Dollar kriegen. Oder wie wir es gestern schon drüber gesprochen haben, in dieses Golden Pocket reinkommen. Momentan sieht es, wie gesagt, einigermaßen gut aus. Bullish Divergence auf den 1-Stunden-Chart hat es schön ausgespielt. Volumen ist hier unten abgeholt worden mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Das war mir explizit wichtig. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Ich möchte kein tieferes Tief mehr sehen, wo dann wieder ein richtiger, impulsiver Move mit sehr, sehr viel Volumen kommt. Das hatten wir nicht. Ihr seht hier, genau in dieser Phase, wo wir uns hier unten befunden haben, kam überhaupt kein Volumen rein. Erst dann hier dieser Peak. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir nochmal kurzfristig in diesem Bereich um 21.600 US-Dollar vorstoßen, ist vor den Inflationsdaten oder direkt zu den Inflationsdaten sehr, sehr gut möglich. Das heißt, kurzer Wig nochmal in diese Zone hier rein, um nochmal die ganzen Stop-Losses auszuspielen, die hier long gegangen sind, voreilig, um dann hier wirklich in Richtung Golden Pocket 22.300 US-Dollar vorzustoßen. Das ist weiterhin der Plan, daran hat sich nichts geändert. Hier oben ist diese Make-or-Break-Decision-Time, werden wir hier oben rejected, deutlich. Dann ist für mich eher weiterhin die Richtung Richtung, ich sage jetzt mal, zumindest 20.900 bis 20.400, ansonsten 19.000 bis 19.400 US-Dollar. Momentan, wie gesagt, ist aber alles noch für mich persönlich longlastig. Wir versuchen jetzt hier langsam so diesen Trend zu brechen. Wichtig wäre eigentlich die 21.900 auf dem 1-Stunden-Chart, zumindest mal durch Peeksen hier diese 1-Stunden-Supply, um, sage ich mal, dann bei den Inflationsdaten viel, viel weniger Widerstand nach oben hin zu haben. Aber hier oben, das Golden Pocket, das ist der entscheidende Punkt. Werden wir hier rejected, runter, kommen wir hier drüber mit einer 4-Stunden-Candle, sieht es bullisch aus und wir könnten wieder versuchen, hoch in den 23k-Bereich zu kommen. Moment, das ist jetzt erstmal so das kurzfristige, sollten die Inflationsdaten uns so in der Art passen, dann sieht es gut aus. Ansonsten, ganz ehrlich, dann wird es wahrscheinlich nochmal runtergehen. Der ganze Binance-FAT, der jetzt wieder so im Umlauf ist mit BUSD und so, CSET hat es auf Twitter wieder gepostet, FAT Temporary. Wer weiß, trotzdem, ich kann es euch nochmal ans Herz legen. Zieht euer Zeug von den Börsen ab, auch was BUSD, wandelt es um in USDT oder USDC. Einfach nur nochmal meine dringliche Warnung an euch alle da draußen, bevor es wieder heißt, keiner wurde gewarnt oder sonstiges. Lieber alles auf den Ledger, nur das, was ihr zum Traden wollt, dann aber auch nicht unbedingt die BUSD. Lieber in anderen Stablecoins halten. Nur nochmal so von meiner Seite. Gut. Und dann würde ich sagen, Bitcoin hat sich wenig getan. Und dann blicken wir rüber zu Ethereum, denn da hat sich was getan. Da haben wir gestern drüber noch gesprochen im Video. Ich bin auch in diesen Trade reingegangen, habe es dann in der Telegram-Gruppe auch hier, wo habe ich es denn gepostet? Auf jeden Fall weiter oben, hier habe ich es irgendwo gepostet. Ah, hier, genau. Long, dass ich hier reingegangen bin, ein bisschen weiter oben war es sogar. Hier, Ethereum getriggert. Also da habe ich es auf jeden Fall gepostet. Viele haben diesen Trade dann auch mitgenommen. Das war dann hier unten in dieser Region um 1.466, das heißt, wir haben den Boden perfekt erwischt. Wir haben ja darüber gesprochen, okay, 1.455 Stop Loss, perfekt. Gehalten. Erster Take Profit war dann bei den 1.000, ich glaube 1.500 oder so haben wir das gesagt. Bin ich mir jetzt aber auch nochmal ganz sicher. Take Profit 1 war da. Zweiter Take Profit, ein bisschen verunstaltet von mir. Das war mein Fehler, habe ich gesagt, 1.520 in der Gruppe. Wir sind aber nur bis 1.519 gekommen. Problem war auch, ich habe die Supply-Zone, habe ich nicht mehr richtig im Kopf gehabt, deswegen war ich ein bisschen voreilig. Take Profit 2 wurde bei mir erreicht, bei vielen noch nicht. Manche haben jetzt einfach Take Profit 2 noch genommen, wo wir hier oben bei den 1.514 waren. Ist auch okay. Wichtig ist, vor den Inflationsstarten jetzt Stop Loss Entry. Lass das Ding jetzt einfach liegen oder laufen lassen. Wir haben hier kein Risiko mehr, wir haben zwei Take Profits genommen. Das Beste, was uns jetzt passieren könnte, ist, dass der Trade hier oben noch hochläuft in die 1.580 Region. Und dann können wir hedgen. Das heißt, wir lassen die Long-Position offen und gucken dann, ob wir hier oben gegebenenfalls einen neuen Short-Entry eröffnen. Irgendwo Richtung Golden Pocket, beziehungsweise hier oben an dieser Ineffizienz bei den 1.610. Das wäre momentan das Best-Case-Verfahren. Von der Richtung her, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen rüberziehen, hat es bisher sehr gut gepasst. Boden. Diesen Wick haben wir gestern drüber gesprochen. Bei den 1.465 sollten wir nochmal unterbieten. Aufgrund eben des Volumens, was hier unten ist, ist passiert. Dann deutlich, deutlich weniger Volumen mit diesen Lows hier erreicht. Es war verdammt wichtig, dass das so passiert ist. Und jetzt eben schön die Aufwärtsbewegung. Erst einmal in den Takt. Der 1-Stunden-Supply wurde gehittet. Gleiches Spiel jetzt momentan wieder wie Bitcoin. Das heißt, wir haben uns jetzt Bitcoin hier wieder charttechnisch ein bisschen angeglichen, was die Bewegungen anbelangt. Auch hier Stop-Loss-Entry. Und jetzt wird es wichtig sein, kriegen wir vor den Inflationszahlen noch diesen Push. Zumindest über diese Supply-Zone bis in die Ineffizienz hier hoch bei den 1.535. Dann ein kurzer Weg nach unten, um möglicherweise hier nochmal ein bisschen so dieses Volumen, was hier zum Beispiel reingekommen ist bei den 1.500 US-Dollar, abzufischen, um dann ins Golden Pocket zu gehen. Das ist jetzt so momentan ein bisschen der Fahrplan, den ich verfolge. Aber wie gesagt, alles risikolos. Wir sind beide Trades schon Take-Profit 1 erreicht. Wir haben Stop-Loss bei Ethereum zumindest auf Entry, bei Bitcoin noch nicht. Läuft momentan alles für uns. Erst einmal trotzdem, wem das alles zu unsicher ist aufgrund der Zahlen später, macht einen Stop-Loss-Entry, genießt es einfach. Und wenn ihr ausgestoppt werdet dann auf Stop-Loss-Entry, dann ist es so. Geht der Trade nach oben, dann Bomben-Trade. Gut, und dann hätte ich noch was in der Pipeline. Chainlink ist noch nicht so ganz eingetreten, wie ich mir das erwünscht habe. Wir haben zwar ein Lower-Low gebildet, hat mich ein bisschen geärgert, aber ich habe eher aufs Golden Pocket spekuliert. Das heißt, den behalten wir mal für diese Woche noch ein bisschen im Blick. Aber da tut sich momentan nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, neue Entry-Ineffizienz hier oben und 1-Stunden-Supply wurde bei, was haben wir hier, 6,72 Dollar noch nicht erreicht. Das heißt, wir haben hier gegebenenfalls noch mal Zeit, Long oder Short, oder es zu triggern. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber, die ich noch nicht aktualisiert habe. Mal wieder, ihr kennt es von mir, es ist doch jeden Tag das Gleiche. Und da ist auch noch mal ein Artikel, BUSD, Paxos beendet die Partnerschaft mit Binance. Das heißt, keine Stablecoins, BUSD dürfen mehr ausgegeben werden. Legt euch den Artikel gerne durch, wer da ein bisschen schissert, oder wer vor allem viel in BUSD oder Binance etc. investiert ist. Wie gesagt, noch mal die Warnung von mir, runter von den Börsen damit, runter von BUSD, auch wenn es vielleicht FUD sein mag. Beim letzten Mal hieß es auch, erst FUD bei FTX, und dann ist es doch passiert. Deswegen passt da ein bisschen auf und ihr erinnert euch, wer in der Gruppe ein bisschen aufgepasst hat, der letzte Bitcoin Pump wurde mit viel BUSD erzeugt. Und deshalb mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dann lieber weg damit und ihr habt eure Ruhe. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, gerne ein Video ein Like da lassen, wie immer. Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinscheuen. Würde ich mich freuen. Ihr unterstützt damit mich und wenn ihr eine Börse sucht, gerne bei BingX anmelden. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder mit Update zu den Inflationsdaten. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.